Richtig fest. So, dann brauche ich dich mal ganz kurz für den Blicktest. Nadja hat schon einmal stehen, ihr werdet auch einen Partei schon. Mach mal einen Blicktest. Alles gut? Schlagtest? Ja, ist besser, ne? Aber du musst auch mal so nach Atmen kommen. Und kippt er um. Dann kriegt der Schlagdaten und ist vorbei. So, ok. So Kunze, jetzt kipp ich einmal um. Das ist ganz viel. Hände da hin. Nein, 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 nein. Das hier sind wir hier zusammen. Aber. Einer Hand auf. Nächste Hand. So. Also, Kunze. Deine Aufgabe ist es. Und der Erkenner aus mittlerweile acht Frauen. Daniel Nadja nur anhand des Hass. Nein, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Und pass auf, ich führe dich zur ersten Frau hin. Und top. Auf. Die Wetter. Gehen. Du kannst natürlich nichts sagen. Du kannst ruhig sein. Du kannst noch riechen. Und zweit, zweit, zweit. Das war das hier. Ah, die Zweiten, das ist schon eher dann, ja. Ja, aber wie komm ich noch drauf? Ja. Ja. Nee, das ist zu groß. Zu groß. Wird's eng? Jetzt, du. noch einmal zurück. Nein. Hier, Kunze. Du hast jetzt noch zehn Sekunden. Dann musst du dich entscheiden. Zehn. Neun. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Alles. Es wäre die Nummer fünf gewesen. Kunze, was war dein Wettansatz? Ich weiß nicht. Aber ich muss mal sagen, ich hab keinen schlechten Geschmack. Also alle. Super. So. Damit bist du den Neun. Tja. Zwei. Mozart geht's los. Fünf. Morgen.